Das heißt, wenn ich schneller wäre, würde ich wahrscheinlich auch gerne die 200 Meter rennen. Ich bin aber leider nicht schnell genug für die 100 und 200, deswegen habe ich mit 800 tatsächlich angefangen und mich dann aber auf die 400 konzentriert. Und es ist wirklich, man kann schon sagen, so eine Hassliebe, weil man muss, wie gesagt, täglich über seine Grenzen gehen. Und es kommt auch oft vor, dass ich mich wirklich auch übergebe nach dem Training, weil man einfach so auch irgendwo leidet. Wir reden von Geld, das du verzichtest, was man so vielleicht irgendwie nehmen könnte, Hunderttausende oder Millionen? Ja, also, wie soll ich sagen, ich habe zum Beispiel, ich kann es als Beispiel sagen, ich habe letzten Monat, vor zwei Monaten ein Angebot bekommen von auch einer renommierten Marke, wo ich aber einfach sage, hey, ich stehe da nicht 100% dahinter, ich fühle mich damit nicht wohl, ich möchte es nicht machen. Was hätte das gemacht? Und das wäre im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich gewesen. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Folge, auf die ich mich sehr freue, denn sie hat zu tun mit Olympia, was ja im nächsten Jahr ist. Und da ist auch schon bei mir relativ viel Vorfreude. Ich werde auf jeden Fall in Paris am Start sein, als Zuschauer wohlgemerkt. Dann geht es um Sport. Das ist eben ein Sweetspot und es ist eine spannende Geschichte, die sehr gut zu uns passt, weil sie ist eine Mischung aus Sport, Influencerin, Testimonial, Model auch. Herzlich willkommen, Alisa Schmidt. Hi, Alisa. Hallo, freut mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf. Aber ich bin fleißige Hörerin von dem her. Ja, es ist für mich wirklich auch eine kleine Ehre, dass ich jetzt hier vor dem Mikrofon beisitzen darf. Ja, ja, ja. Also, vielen, vielen Dank. Also, ich glaube, viele können dich zuordnen, wenn man sagt Leichtathletin und Model. Das hat in den letzten Jahren schon echt sehr viele Menschen erreicht, sodass du da eine Wahnsinnskarriere gemacht hast. Wie viele Menschen folgen dir aktuell? Auf Instagram sind es 4,7 Millionen, auf TikTok, glaube ich, 2 Millionen und auf YouTube etwas über 100.000, meine ich. Okay. Und das sind aber nicht alles Deutsche, aber in großen Teilen Deutsche. Genau. Ich habe auch ein internationales Publikum, aber der größte Teil aus Deutschland. Aber wenn du postest, dann postest du meistens auf Englisch, ne? Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe da jetzt nicht eine gerade Linie, die ich fahre. Manchmal ist es auf Englisch, manchmal ist es auf Deutsch. Ich spreche, wenn ich in den Storys rede, auf Deutsch. Und mache aber auch ab und zu mal englische Subtitles, je nachdem, wo ich auch sage, das könnte auch andere interessieren. Aber wie gesagt, das mache ich so ein bisschen nach Gefühl. Aber um es mal zu erklären, wo du eigentlich herkommst. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, als Sportlerin ganz klar angefangen und bist aus Worms, glaube ich, ne? Genau, ich bin in Worms geboren und bin dann aber super schnell. Ich glaube, ein halbes Jahr bin ich dann nach Ingolstadt gezogen mit meiner Familie und bin dann dort zur Schule gegangen. Und genau nach meinem Schulabschluss bin ich dann umgezogen, um einfach auch meinem Sport nochmal mehr nachzugehen. Und wie war das? Du warst auch beim Bundesjugendspiel einfach besonders schnell im 400 Meter Laufen. Und dann haben sie den Lehrer gesagt, oder irgendwie, Mensch, Alissa, wie wäre es mal mit Leichtathletik-Training am Nachmittag oder so? Ja, ich war tatsächlich schon immer sehr gut und ich habe auch den Wettkampf schon immer geliebt. Also ich bin schon immer gerne gesprintet, habe mich mit anderen vor allem auch gerne mit den Jungs gemessen. Ich wollte immer schneller sein, auch als die Jungs. Und habe aber auch, muss ich sagen, alles ausprobiert. Also ich habe getanzt, ich habe Judo gemacht und eben Leichtathletik auch. Und dann hat sich eben schon relativ schnell auch rausgestellt, okay, in der Leichtathletik, gerade im Laufbereich, habe ich einfach schon eine relativ große Stärke. Und ja, dann hat sich das mit den Jahren so rauskristallisiert und habe mich dann darauf spezialisiert. Und warum, es gäbe ja 100 zur Auswahl, es gäbe 200 zur Auswahl, es gäbe 400, es gäbe 800, glaube ich, könnte man laufen. Man könnte noch weiter laufen. Warum das? Warum 400 Meter? Das frage ich mich ehrlich gesagt selber auch öfter, weil die 400 Meter sind schon irgendwo auch so eine Todesdistanz, kann man schon fast sagen. Also man geht einfach auch wahnsinnig oft an seine und über seine Grenzen hinaus. Das heißt, wenn ich schneller wäre, würde ich wahrscheinlich auch gerne die 200 Meter rennen. Ich bin aber leider nicht schnell genug für die 100 und 200. Deswegen, genau, habe ich mit 800 tatsächlich angefangen und mich dann aber auf die 400 konzentriert. Und es ist wirklich, man kann schon sagen, so eine Hassliebe, weil man muss, wie gesagt, täglich über seine Grenzen gehen. Und es kommt auch oft vor, dass ich wirklich mich auch übergebe nach dem Training, weil man einfach so auch irgendwo leidet. Aber es ist auch einfach das beste Gefühl danach, wenn man es geschafft hat und sich pusht und irgendwo auch immer diesen Progress merkt. Man merkt, man kommt voran und ich mache das persönlich zum Beispiel auch in einer super, super tollen Trainingsgruppe. Wir sind ein super Team. Es ist zwar eine Individualsportart, aber trotzdem unterstützen wir uns so sehr, dass wir zusammen da durchgehen und zusammen daraus stärker werden. Ich meine, am Ende, wir reden ja von einer Länge, die du da dann dich quälst, von 50 Sekunden. Ja, 50 Sekunden ungefähr. Aber ich kann es jedem mal raten, wenn ihr mal auf einem Sportplatz seid, auf einem Leichtathletikplatz, versucht so schnell ihr könnt eine Runde zu rennen. Und sagt mir bitte, wie ihr euch danach fühlt. Also man geht das schon all out an. Also 400 Meter ist Vollgas Sprint. Man überlegt gar nicht, man springt durch. Genau, es ist so ein bisschen so die Kunst, das perfekte Tempo zu finden. Aber ich würde sagen so 90 Prozent. Also 100 Prozent funktioniert nicht. Dann bist du nach 200 Meter oder 250 Meter raus. Da geht gar nichts mehr. Aber genau, also dieses sehr schnelle, lockere Laufen ist so ein bisschen die Kunst. Ich habe es ja zum Beispiel auch schon mal mit Mats Hummels oder Kai Pflaume gemacht. Die haben beide auch danach gesagt, das ist schon eine Höhlenstrecke. Genau, da müssen wir noch drüber sprechen. Also bevor das kam, also Mats und Kai und so, der ganze Wahnsinn, warst du dann einfach da in Ingolstadt und bist da gelaufen. Und dann immer schneller als deine Wettbewerberin. Und dann warst du irgendwann auf nationaler Ebene bei einfach deutschen Meisterschaften. Und wie ist das dann so gekommen, dass du jetzt sozusagen einen Durchbruch hattest? Und ich glaube, so den richtigen Durchbruch hatte ich, oder was heißt Durchbruch? Mit 16 habe ich auf jeden Fall angefangen, es ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das ist wirklich was, was ich machen möchte. Ich möchte auf internationale Meisterschaften gehen. Ich möchte gucken, wo ist mein Limit? Was kann ich erreichen? Und habe das Ganze dann wirklich auch professionell machen wollen. Und war dann auch, glaube ich, mit 16, 17 das erste Mal in der Nationalmannschaft. Wobei, nee, das war noch später. Das war, ich glaube, da war ich dann 18, 19, würde ich sagen. Hast du ein Abi gemacht? Genau, ich habe mein Abitur gemacht und bin danach eben dann umgezogen. Mit Sportlkar? Nee, das nicht. Aber ich war auch leider auf keiner Sportschule. Das würde ich meinen Kindern jetzt, glaube ich, schon immer raten, weil ich glaube, es ist schon einfach super, mit dem Sport zu vereinbaren. Das war für mich auch nicht ganz einfach damals. Aber klar, sowas ist natürlich wichtig. Ich mache auch jetzt mein Studium nebenbei, weil man einfach ein anderes Standbein braucht. Das ist gerade jetzt in der Leichtathletik auch wichtig. Man kann sich nicht nur darauf verlassen, weil es einfach nur, ich kann es vielleicht machen, wenn ich Glück habe, bis 30, 32. Aber es ist ja auch kein Beruf, von dem man jetzt als solchem eigentlich, bei dir ist es anders, weil du jetzt auch eine Reihe von Werbeverträgen hast aufgrund von deinen Reichweiten. Aber normalerweise als Leichtathletin jetzt in deinem Bereich, was verdient man da? Es ist natürlich auch super unterschiedlich, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es ist nicht einfach, davon zu leben. Also ich kann, man bekommt, wenn man in der Nationalmannschaft ist, die Sporthilfe. Das sind dann 700 Euro ungefähr im Monat. Und ansonsten ist man, genau, kriegt man bei Wettkämpfen ab und zu Antrittsprämien oder Antrittsgelder oder Wettkampfprämien, wenn man was gewinnt. Das ist bei mir persönlich jetzt aber auch nicht so viel, dass ich davon jetzt leben könnte. Und deine Trainer sind dann auch... Genau, meine Trainer sind angestellt vom Verein oder vom Verband. Das heißt, die muss ich eigentlich nicht bezahlen, außer ich suche mir extern jemanden. Aber wenn du irgendwo hinreist, also ich meine, wenn du jetzt... Manchmal zum Beispiel jetzt im März waren wir in Südafrika am Trainingslager und da habe ich aber zum Beispiel für meinen Trainer die Flüge bezahlt, damit er mitkommt. Aber wovon? Also ich meine, von 700 Euro im Monat ist das schwierig. Deswegen, man muss sich einfach selber noch gucken, wie man sich aufstellt. Es gibt zum Beispiel sonst noch die Bundeswehr oder die Bundespolizei, wo man dann eben nebenbei mit dem Sport das ganz gut vereinen kann. Da kommen aber halt auch nur die Allerbesten rein. Also da kommen, sag ich mal, Top 2 pro Disziplin rein. Das heißt, es ist für die Menge an Athleten auf jeden Fall auch keine Lösung. Und ansonsten durch Sponsoren, die man sich selber sucht. Ja, und dann wird es schwierig. Deswegen eigentlich macht es so gut wie jeder Athlet irgendwas nebenbei. Entweder ein Studium bei der Bundeswehr, bei der Polizei. War bei dir schon was anderes da, also neben den Modeltätigkeiten? Nach meinem Abitur habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Da habe ich aber, ich glaube, es waren 600 Euro bekommen. Das heißt, es war auch schwierig dann. Aber gut, dann hatte ich durch die Sporthilfe und das FSJ dann 1200 Euro im Monat. Und dann hat das bei mir zum Glück relativ schnell auch damit angefangen, dass ich mir dann Sponsoren gesucht habe oder die auf mich zugekommen sind. Und das konnte ich dann so ganz gut vereinbaren. Was war denn sozusagen der Social Media Durchbruch? Das war 2017. Da hatte ich meine erste internationale Meisterschaft. Da habe ich mit der 4x400-Meter-Staffel Silber gewonnen. Bei einer EM? Bei einer Europameisterschaft, genau, sorry. Und das war für mich so auch ein ganz, ganz prägender Moment, weil es so der Ansporn war, das will ich auf jeden Fall nochmal erreichen. Und ich möchte gucken, was ist möglich. Und ja, dann hat das so irgendwie so begonnen. Ich war so ein bisschen in den Medien und das hat sich so ein bisschen aufgeputscht. Und ich habe schon relativ schnell dann 100.000 Follower auf Instagram gehabt. Und das hat sich dann mit den Jahren einfach gesteigert. Das heißt, aber bei diesem einen Turnier kamen ja besonders viele dazu? Nicht durch das Turnier alleine, aber durch die Medien danach, auch durch die Artikel, die daraufhin gefolgt haben, kamen dann einfach mit der Zeit, ich weiß nicht, vielleicht waren das so insgesamt zwei Monate später, dass ich dann 100.000 Follower hatte. Okay, aber das heißt irgendwie, du hast nichts anderes gemacht als deine Kolleginnen auch? Ich habe 2017, da war Instagram ja noch gar nicht so ein großes Thema, wie es jetzt heute ist. Aber ich habe schon immer gerne gepostet. Also ich habe die Leute schon immer gerne mitgenommen und gezeigt, was ich mache. Und von dem her auch einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr Einblicke gegeben als meine Teamkameraden da. Und so hat sich das dann entwickelt. Ich meine, es ist ja schon 100.000 auf jetzt irgendwie ein paar Millionen, ist ja schon nochmal eine Reise. Aber es sind ja auch jetzt sechs Jahre gewesen, deswegen, es ist auf jeden Fall ein Prozess. Aber es gab also nicht so einen Urknall, sondern es ist irgendwie alles sehr, sehr lineal gewachsen. Genau, es ist alles. Es gibt natürlich so Sachen wie zum Beispiel Tokio 2021, die Olympischen Spiele. Das hat natürlich nochmal, ich glaube, ich habe da eine Million Follower dazu bekommen. Oder ich hatte auch mal einen Dreh mit dem BVB damals. Das hat mir auch geholfen, zum Beispiel auch das YouTube-Video mit Mats Hummels. Wie kam das zustande? Das 1&1 ist damals auf mich zugekommen und wollte eben einen Dreh machen mit... Und das 1&1 ist ja der Sponsor von Borussia Dortmund, muss man sagen. Genau. Und die haben so ein YouTube-Format gemacht, wo sie einfach, ich glaube, mit vier Fitnesscoaches quasi Workouts erstellen wollten, zusammen mit den Fußballern, die für jedermann machbar sind. Und so kam dann der Kontakt zustande. Und dann habe ich gefragt, Mats, willst du nicht mal gegen mich 400 Meter rennen? Ich glaube, das wäre eigentlich ein cooles Duell, weil wir auch wirklich oft verglichen werden. Wir Sprinter, ja, die Fußballer sind doch eh schneller. Und ich wollte mal gucken, ob das wirklich stimmt. Und klar, man muss natürlich sagen, 400 Meter ist eine Distanz, das trainieren die ja nicht. Die sind ja nicht dafür ausgebildet, 400 Meter schnell zu rennen. Wer hat denn gewonnen am Ende? Ich habe gewonnen, zum Glück auch. Wirklich? Mit deutlichen Vorsprung? Ja, schon, würde ich sagen. Es war schon ein deutlicher Vorsprung. Okay. Aber gut, das wäre natürlich auch noch, sieht vielleicht auf 100 Meter auch wieder ganz anders aus. Aber genau, das war auf jeden Fall eine coole Challenge, hat sehr viel Spaß gemacht, ich glaube. Aber würdest du auch gegen die anderen, also bei Dortmund, da gibt es ja so ein paar, also Adeyemi oder so, die richtig schnellen. Sehr gerne, ja, würde mich super interessieren. Aber würdest du, also auch die richtig schnellen Fußballer, also nehmen wir jetzt so, weiß ich nicht, Mbappé oder so, die sind ja noch deutlich schneller als Mats Hummels. Würdest du die auch schlagen? Das kann ich nicht wissen, also kann ich nicht sagen. Kommt natürlich wirklich auch auf die Distanz an. Also ich glaube, bei 100 Meter habe ich keine Chance. Ich bin jetzt auch nicht die Schnellste auf 100 Meter, sondern 400 Meter auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, dass ich eigentlich so gut wie jeden Fußballer schlagen würde, weil die einfach diese Trainingsintensität, das sind die ja nicht gewohnt. Was trainiert man eigentlich? Trainiert man dann irgendwie häufig 400 Meter oder trainierst du ganz oft? Total, total abwechslungsreich. Also wir machen super viel Kraft. Momentan haben wir eigentlich fünf bis sechs Mal die Woche Krafttraining. Dann haben wir sehr viele Sprünge, sehr viel auch Ausdauer. Dann natürlich viel, auch Sprinten natürlich. Sehr viel Laktattraining, sagt dir Laktat was? Also Laktat ist doch im Blut dieser Bestandteil. Genau, also die Muskeln machen einfach komplett zu. Und das ist genau das, was du für die 400 Meter brauchst. Und ich glaube nicht, dass ein Fußballer das unbedingt braucht. Deswegen, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Also machst du so intensiv, so High-Intensity-Training? Genau, ja. Also zum Beispiel ein Trainingsprogramm wäre jetzt, keine Ahnung, dreimal 300 Meter All-Out mit 15 Minuten Pause dazwischen. Kann jeder gerne mal ausprobieren und sagen, mir gerne auch schreiben, wie es ihm danach geht. Und wie gesagt, also ich liege danach erstmal eine halbe Stunde am Boden und kann gar nichts mehr, weil ich einfach komplett Knockout bin. Okay. Ist auch irgendwie das nicht generell krass, wenn man sozusagen Sport macht, wo am Ende der Wettbewerb irgendwie eine halbe Minute lang ist? Ich meine, das habe ich mich schon bei 100 Metern mal gefragt. Bei 100 Metern ist es ein bisschen besser, aber eigentlich man fährt zu Olympia und trainiert sein ganzes Leben. Und dann ist alles in irgendwie 50 Sekunden vorbei. Was ich auch immer krass finde, ist letztendlich, ich trainiere so viel und so hart, um mich am Ende, wenn es gut läuft, 3 Zehntel, 4 Zehntel zu steigern, vielleicht mal 6 Zehntel, vielleicht auch mal eine Sekunde. Aber das ist ja nichts. Und trotzdem steckt da einfach so viel Arbeit dahinter. Um diesen Fortschritt zu erreichen, muss man so viel machen. Es reicht auch nicht einfach nur hart zu trainieren, hart zu trainieren, das macht jeder. Sondern es gehört einfach alles drumrum dazu, wie gut ernähre ich mich, wie gut schlafe ich, wie gut regeneriere ich. Kann ich am nächsten Tag wieder 100 Prozent auf der Bahn geben. Wo ist denn der Weltrekord bei 400 Metern? Der ist bei den Frauen bei 47 irgendwas von damals sogar einer deutschen aufgestellt. Westdeutschen? Genau. Das ist für mich utopisch. Dein bester Rekord ist 52? 52,07 bin ich dieses Jahr gerannt. Das ist meine Bestleistung. Also 5 Sekunden langsamer als der Weltrekord. Unfassbar. Also das ist eine Zahl, wie gesagt, das rennen zum Teil die Männer in Deutschland. Das ist unvorstellbar, wie schnell das ist. Und ich kann es gar nicht im Kopf verarbeiten, wie man als Frau sowas schaffen kann. Aber man muss dazu sagen, es waren natürlich damals auch andere Zeiten. Aber nichtsdestotrotz ist auch jetzt... Vom Doping? Vom Doping auch. Genau, es waren auch andere Trainingszeiten, man wurde anders gefördert. Aber klar, es sind natürlich auch ganz viele Sachen aberkannt worden, weil Leute gedopt waren. Mittlerweile haben wir natürlich zum Glück auch sehr, sehr gute Kontrollen. Das heißt zum Beispiel, ich habe diesen Termin auch angegeben. Ich bin heute in Hamburg. Das heißt, wenn eine Dopingkontrolle kommt... Die weiß, wo ich bin. Die weiß das ganze Jahr über, wo ich schlafe und wo ich unterwegs bin, damit ich jederzeit anzutreffen bin. Okay, okay. Und die Beste der Welt gerade aktuell, wer ist das? Sydney McLoughlin ist, glaube ich, die jahresschnellste mit 48... Amerikaner? Amerikanerin, ja. 48? 48 Sekunden. Das ist auch utopisch. Also, wie gesagt, das ist unvorstellbar. Ich weiß noch, als ich sie in Tokio das erste Mal gesehen habe. Sie ist ein ähnliches Alter wie ich, also auch noch relativ jung. Wer bist du jetzt? Ich bin jetzt 24, ich werde jetzt 25. Und für mich Wahnsinn, was diese junge Frau auf die Beine gestellt hat. Das sind aber auch Jahrhunderttalente. Also sowas gibt es... Aber das heißt, wir reden ja gleich ein bisschen Olympia. Wenn du das schaffst, da hin weißt du, gewinnen kannst du nicht. Man will das eigentlich als Sportler immer nicht so sagen, ja. Aber das sind Welten, muss man natürlich auch irgendwo zugeben, ja. Also, das sind... Häufig hört man ja jetzt auch irgendwie so in der deutschen Sportwelt, dass es irgendwie hier in Deutschland nicht mehr hart genug trainiert würde. Und dass es irgendwie in anderen Ländern, weiß ich nicht, eine andere Mentalität herrschen würde. Hat das damit was zu tun? Gar nicht, nein. Zum Beispiel, ich war letztes Jahr übertrainiert. Also ich habe mich in den Keller trainiert. Ich habe zu viel gemacht. Ich wollte vielleicht auch zu viel. Und mein Körper kam nicht mehr klar. Ich habe mich jedes Training übergeben, weil ich einfach überreizt war. Und von dem her, wie gesagt, hart trainieren tut jeder. Man muss irgendwo diese Kunst finden, das perfekt zu timen. Und das sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Dein Umfeld ist auch wahnsinnig wichtig. Es ist natürlich auch irgendwo dem Talent geschuldet. Gerade im Sprintbereich gibt es Leute, die trainieren die Hälfte und werden trotzdem immer schneller sein, weil sie einfach schnell zuckende Muskelfasern haben. Deswegen da, dass wir in Deutschland nicht hart genug trainieren, das stimmt auf gar keinen Fall. Man muss, glaube ich, eher an anderen Baustellen arbeiten, sei es Förderung und Systeme, dass man die Leute zusammenbringt. Irgendwie in Deutschland trainieren auch ganz viel unterschiedlich. Jeder trainiert anders. Man tauscht sich vielleicht auch nicht genug aus. Man muss auch sagen, auch die Trainer. Ich glaube, letztendlich ist es egal, ob du jetzt einen Olympiasieger trainierst oder jemanden, der Kreismeister wird. Der ändert sich für die Trainer jetzt erstmal nicht mehr großartig viel finanziell. Okay, okay. Aber sagen wir mal zu deinem Weg zurück. Also du hast dann sozusagen sportlich diese Entwicklung gemacht, haben wir gerade beschrieben. Dann die internationale Ebene ist geschafft. Aber in Deutschland bist du so eine der Top 2, Top 3 in Deutschland? Genau, ja. Ich bin dieses Jahr auch mit der Mixed-Staffel im Finale gewesen bei der Weltmeisterschaft. Wir sind Siebter geworden, was für uns auf jeden Fall auch schon mal ein sehr, sehr großer Schritt voran war. Wir haben die letzten Jahre viel gekämpft und oft sind wir eben auch schon am Vorlauf gescheitert. Und nächstes Jahr ist das große Ziel, dass wir auf jeden Fall ins Finale im... Also Mixed-Staffel? Genau, Mixed-Staffel ist zwei Männer, zwei Frauen. Das ist noch relativ neu, aber halt richtig cool, weil man auch zusammen einfach mit Männern läuft und es ein gemischter Wettbewerb ist. Von dem her auch super spannend. Genau, und die 4x400 Meter Frauenstaffel bin ich gelaufen. Aber 400 Meter als Einzel-Ohne-Staffel, da bist du... Habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht geschafft. Letztes Jahr ist es mir gelungen, da habe ich es geschafft bei der EM und bei der WM. Also da gibt es in Deutschland ein, zwei Damen, die sind schneller als du? Keiner ist die Norm gelaufen, also keiner ist einzeln gerannt über 400 Meter. Wir sind alle nur über die Staffel an den Start gegangen. Für mich ist natürlich das große Ziel nächstes Jahr auch bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen, über 400 Meter. Also nicht nur mit der Staffel. Und wie viel musst du dich danach verbessern von deiner aktuellen Zeit? Die Norm liegt bei 50 Sekunden, 50, 80, also etwas über eine Sekunde, das ist schon viel. Also du musst jetzt in den nächsten Monaten eine Sekunde schneller sein, als deine Rekordzeit, um nach Paris zu dürfen? Theoretisch ja, es gibt zum Glück noch die Variante, dass man Punkte sammelt über Wettkämpfe. Das heißt, wenn du, ich glaube, Top 36 der Welt bist, darfst du starten. Genau, und das ist das große Ziel, wofür ich jetzt quasi tagtäglich vier Stunden trainiere und hoffentlich dann auch... Jeden Tag vier Stunden? Ja, fünfmal die Woche vier Stunden, ansonsten zwei Stunden und einmal die Woche habe ich frei. Also montags ist mein freier Tag. Okay, und diese vier Stunden dann, wie du gerade beschrieben hast, manchmal auch Krafttraining manchmal? Super, genau, Techniktraining, Krafttraining, Sprinttraining, Ausdauertraining und auch oft alles in einer Einheit kombiniert. Also du lebst jetzt als Profi, in dem Sinne, dass du nebenher Werbepartner noch hast und Sponsorenaufträge, seit Social Media so gewachsen ist. Wann fing das an? Also mit wie vielen Tausenden von Followern kamen dann so die ersten größeren Partner an sich gemeldet? Boah, ich glaube, wie gesagt, 2017 fing das dann an, dass ich auch die ersten Sponsoren dann hatte. Und dann... Wie war das so? Die ersten, die dich? Die allerersten. Ich war bei Puma, habe ich, glaube ich, mit als erstes unterschrieben. Genau, das war dann aber auch so ein typischer Sportlervertrag, also ein Ausrüstervertrag. Und das war auch so das erste große, die erste große Errungenschaft, da war ich auch super stolz drauf, dass ich jetzt Puma-Athletin gewesen bin. Und das war, glaube ich, mit, wie gesagt, der erste Vertrag. Und ja, mittlerweile bin ich bei BOSS. Ja, also BOSS haben wir auch schon eine enge Freundschaft, muss man sagen. Ja, habe ich in dem Podcast schon gehört mit Daniel, der war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ja, nee, Wahnsinn, auch was der Mann jetzt in den letzten zwei Jahren da auf die Beine gestellt hat, wie er das Unternehmen einfach vorangebracht hat, nochmal anders positioniert hat. Wie intensiv bist du mit BOSS sozusagen? Also wie viele Tage oder wie viel im Monat investierst du da rein? Schon viel. Also ich bin, ich kann das gar nicht an Tagen irgendwie abzählen, aber es gibt, genau, sage ich jetzt mal. Aber in Mailand, auf der BOSS-Modenschau, bei der ich ja war in Mailand. Wirklich? Ich war tatsächlich in, also auch netterweise eingeladen und war noch nie in meinem Leben auf einer Modenschau und dann war ich dort. Ah, cool. Da warst du nicht, oder? Doch, doch, ich war da. Hast du auch gelaufen? Ich bin gelaufen, genau. Das ist ja Wahnsinn, weil da alles gelaufen ist. Ich habe nämlich immer bei BOSS kennengelernt, den Skirennenläufer, den Alex Kilde, den gesehen, der, genau, Ham-Kam-Rennen-Kitzbühel gewonnen hat und also so ein super Skiläufer. Es waren dieses Jahr super viele Sportler, das finde ich gerade so cool. BOSS sucht sich nicht irgendwie nur... Wer war denn noch so da? Im Publikum war Boris Becker. Ja, schon, ja. Es gab Jutta Leerdam zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, eine niederländische Eisschnellläuferin, auch zigfache Weltmeisterin. Anthony Joshua ist auch schon öfter gelaufen für BOSS. Matteo ist auch schon in die Show gelaufen. Ich glaube, dieses Jahr war er nur im Publikum. Welcher Matteo? Matteo Baratini, der Tennisspieler. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Und es gab, wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr alle Namen aufzählen, aber ich glaube, es waren mindestens zehn Sportler unter diesen, was sind es, 70 Models. Also eine sehr, sehr große Variation an verschiedensten Leuten aus verschiedenen... Das macht BOSS schon ganz geil. Sie haben so einen Kader, am Ende haben sie fast schon wie eine Sportmarke, so einen Athletenkader jetzt sich da gebildet. Ja, dass sie auch einfach nicht nur genau dieses typische Modelsuchen, sondern einfach wirklich sich total breit aufstellen. Deswegen finde ich die Show auch super außergewöhnlich. Also dieses Jahr war es ja auch Wahnsinn, was sie auf die Bühne gestellt haben. Also ich habe irgendwie teilweise auch, insofern muss ich mich entschuldigen, ich habe dich dann nicht gecheckt, dass du damit... Ich sah auch sehr anders aus. Man verwandelt sich ja auch als Model extrem. Also man hat ja einen komplett anderen Look. Meine Mama hat mich fast nicht erkannt. Aber das ist auch irgendwie so cool, dass man wirklich, ja, ein gefühlter anderer Mensch werden kann. Aber es war ein krasser Abend da auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool. Aber es freut mich, dass es dir gefallen hat, dass du da warst, wusste ich nicht. Ja, also für mich war es ziemlich bizarrt. Ich kam mal vom Flughafen hin und dann zu der Messehalle, wo das da war. Und da war ein riesen Andrang davor und alle wollten da rein. Ich dachte, krass, ey, was ist denn hier los? Und dann erst mal durchzukommen. Dann war es ja mit zwei Stunden Verspätung. Und ich kannte ja auch niemanden, außer Boris Becker. Das war so für mich. In meinem Leben kommst du zu einem Event in Mailand und den einzigen, den ich kenne, ist Boris Becker. Dann wurde es nachher besser und ich traf dann aus der Branche ein paar Medien-Marketing-Leute aus Deutschland. Aber es war schon, naja. Es ist eine ganz andere Bubble. Also es ist für mich auch immer total spannend zu sehen, weil die Sportwelt ist halt eine ganz andere als diese Fashion- und Modeindustrie. Und deswegen ist es für mich einfach cool, einfach mal eintauchen zu können und ganz, ganz neue Erfahrungen zu machen. Aber ich bin dann schon froh, dass ich auch wieder zurück in meine Sportwelt kann. Aber du hast jetzt Puma und Boss? Nee, ich bin nicht mehr bei Puma. Ich bin genau nur noch bei Boss unter Vertrag. Und sonst aber andere Partnerschaften gar nicht mehr? Ich habe zum Beispiel mit Eucerin jetzt auch dieses Jahr viel gemacht oder mit Lancome und selektiere da aber schon gut aus. Also ich sage mal, von 100 E-Mails oder von 100 Angeboten, die reinkommen, nehme ich dann ein oder zwei, vielleicht drei an und gucke dann, was passt zu mir, was passt zu meiner eigenen Marke. Warum selektierst du so stark? Mal rein, dass du dir ein paar Jahre mehr Geld verdienen vielleicht und dann möchte ich noch am besten... Letztendlich schade ich mir ja nur selber, wenn ich mit einer Marke zusammenarbeite, in der ich nicht hundertprozentig stehe. Und im besten Fall ist es so, dass ich das Produkt sowieso schon einfach selber nutze, schon jahrelang. Und dann ist es natürlich umso cooler, wenn daraus eine Partnerschaft entsteht. Plus natürlich auch muss es auch zeitlich auch sich ausgehen. Ich habe einfach nicht super viel Zeit. Ich bin nicht hauptberuflich auf den sozialen Medien unterwegs, sondern mein Job ist es, auf der Bahn gut zu performen. Und von dem her muss ich da einfach auch gucken, was passt zu mir. Aber bist du nicht in Wahrheit heutzutage eher Influencerin als Sportlerin? Gar nicht. So funktioniert es auch nicht. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt hier den Sport nebenbei und fahre dann aber nächstes Jahr zu Olympischen Spielen. Schön wäre es. Aber da steckt so viel mehr dahinter. Wie gesagt, mein Alltag ist vier bis fünf Stunden am Tag Training. Dann am besten noch Physiotherapie. Dann muss ich gucken, dass ich mich gesund ernähre. Genug schlafe, also Minimum neun Stunden, wenn ich einen intensiven Trainingstag habe. Ansonsten kann ich am nächsten Tag mich wieder 100 Prozent geben. Das heißt, es ist einfach voll getaktet. Du kannst nicht irgendwie... Aber Sport ist ja am Ende auch für so ein Insta-Leben ein geiler Content. Genau. Das ist halt das, was sich gut vereinbaren lässt. Ich liebe es, die Leute mitzunehmen und zu zeigen, hey, wie lebt man eigentlich so als Leistungssportlerin? Und was ist so mein täglich Brot? Was mache ich den ganzen Tag? Und die Leute so ein bisschen zu zeigen, was ich da eben mache. Aber es hat mir auch damals so ein bisschen gefehlt. Damals gab es das noch nicht, als ich jung war, dass ich irgendjemanden verfolgen konnte und genau sehen konnte und Einblicke bekommen habe. Und von dem her freut es mich, dass man jetzt einfach so eine Möglichkeit hat, auch die Sportart voranzubringen. Gerade Leichtathletik, glaube ich, bekommt schon immer mehr Aufmerksamkeit. Aber zum Beispiel an TV-Zeiten, gerade mal die deutschen Meisterschaften werden zum Teil übertragen und ansonsten eben die WM. Aber man muss ja auch sagen, ich finde, Leichtathletik ist auch eine Sportart, die teilweise, naja, nach wie vor so ein bisschen in der medialen Inszenierung nicht optimal manchmal wirkt. Also ich habe das immer, das Extrembeispiel ist bei mir so Stabhochsprung. Das ist ja eigentlich schon eine krasse Sache. Aber wenn man dann in so einem Stadion ist, dann ist da irgendwie so eine Laufbahn, dann irgendwo im Innenkreis. Aber ich finde das gerade so cool, weil es passiert so viel gleichzeitig. Also du hast nicht nur einen Wettkampf, den du beobachten kannst. Du hast den 100-Meter-Sprint, du hast den Hochsprung, du hast den Stabhochsprung, dann ist vielleicht noch Kugel. Und natürlich je nachdem, wo du platziert bist, da musst du natürlich vorher gucken, okay, wo will ich sitzen? Welche Disziplin interessiert mich am stärksten? Da will ich natürlich in der Nähe dann sitzen. Aber eigentlich wäre es doch besser, ich habe das mal irgendwo vor kurzem gesehen, da gab es so Stabhochsprung in der Innenstadt. Das machen die jetzt öfter, das stimmt, das ist auch eine coole Sache. Da bist du dann nah dran, es geht nur darum, das macht für mich eigentlich mehr Sinn, so eine Sportart zu inszenieren, als wenn man jetzt da im Stadion, irgendwer springt dann auch so ein bisschen hoch. Dann denkt man sich, okay, ja, crazy, aber man kann das gar nicht so richtig wertschätzen und ist auch zu weit weg, um das zu checken, was da passiert. Interessant zu hören, ja, da habe ich, also für mich ist das gerade das, was den Reiz ausmacht, weil wir einfach so viele verschiedene Sachen haben, die passieren und es ist nicht irgendwie nur nach 100 Metern ist vorbei, du kannst nicht in dein Hause gehen, sondern als nächstes passiert noch ein Highlight. Also wenn ich bei einer Weltmeisterschaft bin, ich genieße das durch und durch, wenn ich mal die Chance habe, ins Stadion zu gehen und mal so einen Wettkampftag zu verfolgen, weil einfach so viel passiert und ich so sehr mit Fieber. Und letztendlich wird ja auch alles auf großen Leinwänden im Stadion selber noch übertragen, das heißt, du kannst auch, wenn du am anderen Ende sitzt, den Hochsprung trotzdem noch mitverfolgen. Also der Portfolio-Ansatz ist gut, weil ganz viele verschiedene Sachen zur Auswahl stehen und man hat immer irgendwas, wobei für die einzelnen Sportler, hat man das Gefühl, die gehen dann so ein bisschen unter. Ich meine, bei Olympia, dann wie viele Rennen, wenn du dich qualifizieren solltest, mit der Staffel zum Beispiel, wie viele Rennen würdet ihr haben? Ja, wenn es gut läuft, dann jeweils Vorlauf und Endlauf, also insgesamt vier. Aber klar, das geht so schnell vorbei. Warum vier? Also Vorlauf und dann direkt Finale bei der Staffel. Also dann, das sind dann... Mix-Staffel und 4x4-Frauen-Staffel, es gibt zwei Staffeln. Okay, also vier, das heißt, in Summe bist du dann so ungefähr vier Minuten und fertig. Kann man so sagen. Also deswegen auch, es ist schon Wahnsinn und man saugt natürlich alles so auf, wie es irgendwie machbar ist. Aber es ist natürlich eine sehr kurze Zeit. Klar, Hochspringer sind natürlich viel länger drin. Da dauert ein Wettkampf eine Stunde, vielleicht auch mal zwei Stunden. Aber es ist, diese Atmosphäre ist trotzdem einmalig. Das ist unfassbar. Ich war dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft in Budapest und das Stadion war eigentlich jeden Abend ausverkauft. Und ich hatte Gänsehaut, wenn ich da reingelaufen bin. Das war... Das ist so ein Gefühl, haben wir Athleten einfach nicht oft, weil es ist nicht oft der Fall, dass ein Stadion ausverkauft ist. Das heißt, das ist für mich auch so ein kleines Ziel. Vielleicht, keine Ahnung, in vier Jahren ist auch mal bei einer Deutschen Meisterschaft komplett ausverkauft. Aber das müsstest du doch eigentlich, wenn es jemand schaffen kann, dann jetzt jemand, der Millionen von... Ja, das versuche ich. Machst du nicht so Aufrufe, kommt ins Stadion? Doch, genau. Also genau, wenn Deutsche Meisterschaften sind, dass man da die Leute auch animiert und zeigt, okay Leute, es ist ein cooles Event, kommt vorbei. Und wie viele Leute kommen dann? Also was glaubst du, wie viel kannst du da ziehen? Das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Aber das sind schon einige. Also ich werde danach... Ist denn der Deutsche Verband, der dahinter steht oder so? Sind die dann auch, dass die erkennen, dass sie jetzt da jemanden haben, der so einen Reichweitenhebel besitzt? Ich glaube schon. Also sie kommen schon auch auf mich zu und fragen dann, ob ich vielleicht irgendwas nochmal promoten kann an Wettkämpfen. Gerade eben die Deutschen Meisterschaften. Und wie gesagt, das ist super schön auch zu sehen, weil nach dem Wettkampf ist es dann wirklich so, dass dann da Menschen, Massen da auf einen warten, wenn man da rauskommt aus dem Stadion und ein Foto oder ein Autogramm wollen. Aber ist dann die Siegerin auch dann von den Reichweiten ja nicht so logischerweise groß wie du, oder? Nee, nicht ganz so groß, nee. Aber ist das nicht so ein bisschen, dass die dann denken, was soll der Scheiß? Aber die Siegerin, die wird natürlich trotzdem nach Autogrammen gefragt. Also das ist ja trotzdem, die Leute interessieren sich ja nicht für mich jetzt dort, weil ich jetzt Influencerin bin, sondern weil sie mich als Sportlerin gerne sehen. Und das heißt, die werden genauso auch nach Autogrammen gefragt. Aber ist denn trotzdem ein bisschen so auch intern, naja, ich meine, das wirst du ja mitbekommen, so ein Neid oder Missgunst da, dass sozusagen jetzt eine Person wie du jetzt herausragt, sagen wir mal die nächststärkste oder die nächstgrößte, im Sinne von Reichweiten, Sportlerin bei dir, wie groß ist der Account von der Dame? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Magina Lüttenkämper ist auch recht groß. Ein paar hunderttausend Follower, ich kann es nicht sagen. Aber gut, da reden wir schon über Millionenunterschiede. Ja, natürlich. Also es gibt mit Sicherheit da auch irgendwo Missgunst und Leute, die das vielleicht nicht so toll finden, was ich da mache. Ich persönlich muss sagen, in meinem Umfeld kriege ich da zum Glück nichts mit. Also ich habe da ein sehr... Aber der Verband ist auch alles happy, dass du da sozusagen pusht und die Leute... Klar, das ist ja von Vorteil. Also man will ja die Sportart populärer machen und das ist ja gerade über Social Media mittlerweile so... Wie groß ist eigentlich die, von der du gerade sprachst, die Amerikanerin, die Weltbeste? Eine Millionen-Follower. Das ist ja auch massiv kleiner als bei dir. Massiv. Also eine Millionen-Follower, das ist schon super als Leichtathlet. Stimmt, stimmt. Das ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, das ist halt auch sehr viel Arbeit und man darf das nicht unterschätzen. Man macht das nicht irgendwie mal hier larifari, ich poste mal, wenn ich irgendwie Lust habe, sondern es ist natürlich schon was, wo du auch Arbeit reinstecken musst. Das macht die Amerikanerin zum Teil deutlich weniger, wie zum Beispiel ich, weil sie sich halt dann... Wie viel Aufwand ist das für dich jetzt? Du postest jeden Tag mehrfach? Ich muss sagen, ich habe jetzt keine spezielle Strategie, die ich jetzt irgendwie verfolge oder dass ich mich da unter Druck setze. Aber ich versuche schon regelmäßig zu posten, weil das natürlich für den Algorithmus einfach auch wichtig ist. Aber wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich sage, hey, ganz ehrlich, heute fühle ich mich gar nicht danach. Ich will mich heute einfach nur aufs Training konzentrieren. Ich will auch irgendwie nicht, dass irgendwie vom Training was ordentlich entstellen, dann mache ich es auch nicht. Also ich mache es ein bisschen nach Gefühl. Aber Plattformen sind für dich Instagram, TikTok? Instagram, TikTok und YouTube. Also YouTube ist eigentlich schon fast so ein bisschen für mich selber, weil ich es einfach super cool finde, wenn ich mir zum Beispiel jetzt meine Videos aus Tokio anschaue und die Revue passieren lasse und die ganzen Emotionen nochmal erlebe. Das ist das Coolste, was geht. Und wenn ich das irgendwann mit meinen Kindern zeigen kann, das wäre... Hast du nur einen Videographer dabei oder Leute bei solchen großen Events, die dich dann auch filmen? Ja, meistens filme ich selber. Zum Teil habe ich jemanden dabei, aber zum Beispiel bei den Olympischen Spielen ist keiner erlaubt gewesen. Das war auch in der Corona-Zeit, da durfte eh keiner ins Olympische Dorf. Das heißt, ich habe dann selber gevloggt. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil man konzentriert sich ja auch auf den Wettkampf und du hast dann auch irgendwie nicht den Kopf dafür, die ganze Zeit noch an die Kamera zu sprechen. Und von dem her manchmal lasse ich es auch. Dieses Jahr zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft habe ich nicht gefilmt, weil ich gesagt habe, hey, ich will mich wirklich komplett darauf konzentrieren. Und ich habe dafür gerade keinen Kopf. Deswegen mache ich immer so ein bisschen, wie ich mich fühle. Aber am Ende gibt es nur drei große Partner. Das ist gerade irgendwie Euzerien genannt, Boss genannt, Lancome noch genannt. Genau, also Boss ist quasi mein größter langfristiger Partner. Und ja, letztendlich gucke ich dann was, was eben passt. Aber es gäbe die Möglichkeit auf sich mehr? Es gäbe die Möglichkeit, ja natürlich. Ich könnte jeden Tag wahrscheinlich irgendwie Werbung machen. Aber wer will das denn sehen? Also das ist ja das Letzte, was man irgendwie machen will. Und ich würde mir selber so ins Bein damit schießen. Und es passt ja auch nicht zu mir in meiner Marke. Wenn ich irgendwas bewerbe, was nicht zu mir passt, das merkt man ja. Aber sagen wir mal, da kommt jetzt ein Joghurt oder irgendein, was gibt es denn noch? Also eine Automarke oder sowas oder ein Telefontarif. Das kann man doch machen. Ja, eine Automarke, wenn es auf jeden Fall, natürlich, wenn es ein Auto ist, das mir gefällt und wo ich sage, hey cool, klar. Was Audi wäre. Zum Beispiel, aber es gibt so viele Sachen, wo ich persönlich einfach nicht 100% dahinter stehe. Und dann sehe ich nicht den Sinn dahinter. Und du verzichtest dann schon auch am Ende, wir reden von, also Geld, das du verzichtest, was man so vielleicht irgendwie nehmen könnte, Hunderttausende oder Millionen? Ja. Also, wie soll ich sagen, ich habe zum Beispiel, ich kann es als Beispiel sagen, ich habe letzten Monat, vor zwei Monaten ein Angebot bekommen von auch einer renommierten Marke, wo ich aber einfach sage, hey, ich stehe da nicht 100% dahinter. Ich fühle mich damit nicht wohl, ich möchte es nicht machen und das wäre im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich gewesen. Wow. Für dann einen Flight oder für ein paar Posts oder für eine längere Partnerschaft? Das wäre tatsächlich nur eine Kampagne, also für eine kürzere Sache eigentlich nur. Aber da muss man wirklich auch wieder komplett unterscheiden. Es ist jetzt nicht so, dass ich für einen Post irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Hunderttausende bekomme. Also ich will jetzt gar kein falsches Bild vermitteln. Das kommt voll darauf an, wo wird geworben. Ist es nur ein Posting auf meinem Account? Bin ich irgendwie ganz groß am Hamburger Flughafen zu sehen? Wie lange geht diese... Gab es schon mal, dass du am Hamburger Flughafen ganz groß zu sehen warst? Am Hamburger weiß ich nicht, in Stuttgart auf jeden Fall und in München glaube ich auch. Mit was? Zum Beispiel mit dem Boss. Ah, okay. Genau. Also das hat so viele Faktoren, deswegen du kannst jetzt gar nicht irgendwie sagen, das ist so das, was immer auf dem Tisch liegt. Das ist komplett unterschiedlich. Aber ja, also klar, ich verzichte auch oft oder sage oft nein zu Sachen, wo ich einfach nicht dahinter stehe. Das bringt mir langfristig nichts. Gibt es denn was, ich frage das mittlerweile häufiger, weil ich es interessant finde und mich auch mal freue, wenn hinterher irgendwas dann gelingt bei den Gästinnen und Gästen, aber auch vor allem bei den Leuten, die zuhören. Gibt es irgendwas, was du dir noch wünschst? Also wo du sagst, Mensch, ich habe das Shirin David auch gefragt, die hat glaube ich gesagt, irgendwie Rolex wäre nicht schlecht. Wobei vollkommen falsch, es müsste eigentlich IWC sein. Nein, aber also, oder ich glaube, Pamela Reif, wenn man Lieblingsgeschichte hat, man glaube ich von irgendwelchen Häusern erzählt, dann wurde nachher dann Fertighauspartnerschaft raus. Nicht schlecht. Was ist es bei dir? Ja, es gibt so zwei Dinge, die ich cool fände. Zum einen, wie gesagt, mein Ziel ist es, die Leichtathletik populärer zu machen. Das heißt, wenn man da irgendwie mit Netflix mal irgendwie eine Doku macht über die Leichtathletik in Deutschland, fände ich absolut Hammer. Aber Netflix wäre okay, oder? Ach, nee, natürlich nicht. Zum Beispiel, ich habe jetzt einfach Netflix genannt, da gibt es natürlich viele Plattformen, aber... Und da gibt es keine Anfragen? Nee, für Deutschland momentan nicht. Ich glaube, Netflix plant nächstes Jahr über die besten Sprinter weltweit was rauszubringen. Ich glaube, die haben jetzt dieses Jahr schon angefangen zu drehen. Also ich bin gespannt, was das für die Sportart macht. Ich glaube, das wird schon enorm Potenzial haben. Man hat es ja auch gesehen bei der Tour de France, Drive to Survive. Also das sind so Sachen, du begeisterst die Leute einfach für den Sport. Okay, das verstehe ich total. Das macht total Sinn, ne? Genau, genau. Das fände ich sehr, sehr cool. Und ansonsten, wir reisen auch super oft. Das heißt, mit einer Fluggesellschaft ist natürlich auch nicht schlecht. Du musst dir zum Beispiel mal vorstellen, das fand ich unfassbar, wir sind nach Tokio gereist. Was glaubst du, wie lange die Reise gedauert hat? Zu den Olympischen Spielen als Sportler. Wir müssen dort performen, wir müssen körperlich fit sein. Was glaubst du, wie lange hat die Reise gedauert? Ihr seid wahrscheinlich umgestiegen irgendwo in Dubai oder sowas, ne? Und dann ist man da unterwegs 20 Stunden oder so? Ja, es waren deutlich über 30 Stunden. Wir hatten, glaube ich, Aufenthalt 12 Stunden in Tokio selber noch. Wir sind dann nochmal Flughafen gewechselt, mussten auf eine kleine Insel, wo wir unser Vorbereitungstrainingslager hatten. Und dann fliegst du Economy Class? Ja, natürlich. Immer. Ich glaube, damals war es, glaube ich, so, dass zum Teil, weil die Economy war ausgebucht, zum Teil durften, sag ich mal, 40 Prozent der Athleten durften Business fliegen. Das war random. Das heißt, ein paar hatten das Glück und durften dann wirklich Business fliegen. Das war ein Traum. Der Rest durfte in die Economy. Aber andererseits, in den, weiß ich nicht, 20er Jahren sind die Athleten mit dem Schiff da hingefahren. Ja, natürlich, aber du musst dir überlegen, das ist unser Körper aus unserer Kapital. Wenn ich da irgendwie 30, 40 Stunden irgendwo ganz klein eingeflecht bin und dann bin ich bei olympischen Spielen. Das ist unfassbar, ja. Also, das ist einfach so eine Sache, die könnte auf jeden Fall besser laufen. Wie viele olympische Spiele hast du noch in dir? Also jetzt Paris im nächsten Jahr. L.A. kommt 228. Ist das noch für dich realistisch? Das ist auf jeden Fall noch das große Ziel auch, ja. Aber für dich ist dann immer das Ding Staffel. Nee, gar nicht. Also, ich gucke mal. Also, nach Paris könnte es bei mir vielleicht auch einen kleinen Umschwung geben. Da bin ich gerade noch so ein bisschen in Planung, in den Gucken. Ich will noch nicht zu viel sagen. Aber Umschwung könnte heißen, ich bleibe der Leichte dir treu, auf jeden Fall. Aber vielleicht will ich mal was Neues ausprobieren, mal gucken. Aber was könnte das realistisch sein? Also, 800 Meter laufen? Zum Beispiel, ja. Oder Hochsprung oder sowas? Springen könnte ich mir auch cool vorstellen, aber das ist... Aber kann man das noch schaffen? Also, könntest du jetzt, wenn du jetzt auf, sagen wir mal, du sagst, ich gehe jetzt auf Hoch- oder Weitsprung? Ich meine, es gibt ja durch die Karrieren früher, da gab es noch teckel Dreckler. Ich glaube schon, ja. Die waren auch irgendwie 100 Meter und Weitsprung. Genau, 100 und Weitsprung lassen sich sehr, sehr gut kombinieren. Wie gesagt, ich glaube, ich habe auch Bock, mal eine neue Herausforderung noch mal zu haben und noch mal zu gucken, hey, wie kann ich mich vielleicht in einem anderen Feld noch mal weiterentwickeln? Wie viel kann ich noch rausholen? Also, wir reden auch schon von springen und dann nicht mehr von laufen. Nee, 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 ich habe schon Bock eigentlich auf eine andere Laufdistance. Was ist denn mit Hindernis eigentlich? Auch cool, auch cool. Ich glaube, man sagt so ein bisschen, je älter du wirst, desto länger wird auch die Strecke, kann man so sagen. Vielleicht sieht man mich irgendwann beim Marathon. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, nein, aber you never know. Und deswegen... Aber ist das wirklich realistisch? Also, ich meine jetzt, sagen wir mal, dass du jetzt auf eine Ausdau-Distanz gehst, nein? Das ist, könnte ich doch, das ist schon realistisch. Ich glaube, ich könnte ich auch sehr gut. Auch von der, wirklich? Also, auch von der... Es wäre natürlich trotzdem ein jahrelanger Prozess, ne? Also, ich kann nicht sagen, ich trainiere jetzt hier Ausdauer und ich bin im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen dabei. Über 10, oder keine Ahnung, über den Halbmarathon, Marathon, das ist um Gottes willen gar kein Fall. Das ist ein jahrelanger Prozess. Aber wie gesagt, ich habe auf jeden Fall Bock, noch mal was anderes auszuprobieren und mal schauen, was das wird oder ob es das überhaupt wird. Aber genau, das Ziel ist bis 2028 auf jeden Fall. Leichtathletik zu machen, gesund zu bleiben. Und machst du noch nebenher irgendwas Studiummäßiges oder so? Genau, ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement als Fernstudium und mache das aber gestreckt. Also, ich studiere nicht in Regelstudienzeit, das würde ich sonst einfach nicht alles unter einen Hut bekommen. Und klar, aber der Fokus ist... Als Fernstudium, das heißt, du bist wirklich so in einer Online-Universität? Online alles, genau. Und dann, ich bin ja zum Beispiel jetzt, wir fahren bis zu den Olympischen Spielen noch viermal ins Trainingslager. Dreimal davon einfach für mehrere Wochen auch nach Südafrika. Das heißt, du musst einfach auch flexibel sein und von vielen Orten einfach arbeiten können, studieren können. Und deswegen hat sich das für mich perfekt angeboten. Wie heißt dann die 400-Mitteiläuferin oder alle Leichtathletik aus Deutschland oder wer ist da dann so dabei? In den Trainingslagern? Die Nationalmannschaft. Also die... Also auch dann Werfer und Springer und so weiter? Genau. Normalerweise sind wir fast immer nur mit der gleichen Disziplin unterwegs. Jetzt am Anfang haben wir so ein Kick-Off-Trainingslager, das in zwei, drei Wochen losgeht. Und da ist ja die ganze Nationalmannschaft da. Was natürlich mega ist, weil du dich einfach nochmal besser austauschen kannst. Und sonst bist du halt einfach immer in deiner kleinen Bubble mit den gleichen Leuten. Und es ist schon cool, einfach mal alle anderen Disziplinengruppen nochmal besser kennenzulernen. Und ja, sich da einfach zu connecten. Wäre es eigentlich schneller gewesen bei 400 Meter? Mats Hummels oder Kai Pflaume? Mats Hummels war schneller. Aber Kai ist auch krass, ne? Kai ist geisteskrank, finde ich den. Also wir sprechen jetzt am 2. November, glaube ich, heute. Ja. Und ich hatte mit ihm vor ein paar Tagen telefoniert und da erzählte er mir, dass er den New York-Marathon läuft. In drei Tagen. Und hat sich für ein halbes Jahr vorbereitet. Ja. Wahnsinn. Ich bin super gespannt, wie er abschneiden wird, weil er hat wirklich sich eigentlich wie so ein Vollprofi drauf vorbereitet. Ja, genau. Deswegen ist es unfassbar, was der schafft, ja. Aber klar, das ist natürlich auch wieder, muss ich sagen, 400 Meter ist ja eine Sprintdistanz. Ein Marathon ist ja was ganz anderes, deswegen. Aber haben dir all diese Events sozusagen auch jedes Mal einen Push gegeben? Ich meine, ich versuche immer noch zu verstehen, wie man so von den ersten 100.000 auf dann Millionen Reichweiten kommt. Ich verstehe schon auch, wichtig ist, man war früh da. Also du hast es zu einer Zeit gemacht, da war Instagram noch ein bisschen kleiner zumindest. Aber gab es nicht irgendwelche Begleitumstände, okay, Partnerschaften oder vielleicht auch dir geholfen haben, aber irgendwas muss es doch da gegeben haben. Wie gesagt, genau, die Olympischen Spiele, die haben mir damals schon ungefähr eine Million Follower gebracht. Und dann sind es zum Beispiel auch so Sachen wie zum Beispiel Reels. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Reel viral geht, ich habe jetzt ein Reel gepostet, das hat glaube ich so ungefähr 80 Millionen Aufrufe. Da habe ich natürlich dann auch enorm von profitiert und auch profitiere immer noch davon. Also das geht immer noch so rum. Was hast du gesehen in dem Reel? Das bin einfach nur ich, wie ich in die Kamera, also quasi bei einem Wettkampf kommt am Anfang immer die Kamera und stellt uns Athleten vor. Und dann lachst du natürlich im besten Fall, auch wenn es, muss ich sagen, schon echt schwerfällt, keine Ahnung, eine Minute vor dem Wettkampf nochmal so nett in die Kamera zu lachen. Weil du einfach, ich bin in so einem, ja, Beast-Mode kann man schon sagen. Ich bin ja so im Fokus. Das heißt, ich lache da kurz in die Kamera und bin danach aber direkt wieder bei mir und lasse dieses Lachen, das verschwindet. Und das habe ich dann, da kam mir die Idee, habe ich einfach mit so einem Sound, ich kann den Sound jetzt gar nicht beschreiben. Ja, genau, wo es halt dann so von happy zu böse kommt. Und ja, das war, keine Ahnung, es sind 6-Sekunden-Video und es ging halt viral. Das kann man vorher aber schon auch so ein bisschen vorhersehen. Also ich kann dir eigentlich bei meinem Content sagen, das wird gut ankommen, das wird sehr gut ankommen, das wird mittelmäßig ankommen. Wie weit bist denn du, sagen wir mal, auch Model in der Situation? Also ich meine, du bist ja Athletin, aber ich meine, es ist dir ja nicht verborgen geblieben, dass auch die Partnerschaften deswegen gut funktionieren, weil du eine besonders attraktiv aussehende Person bist. Also wie weit ist das für dich ein Thema in der Situation? Also ich glaube, das hat so ein bisschen durch Boss nochmal sich verstärkt, weil ich da einfach super viel eingebunden war in deren Kampagnen und deren Produktionen auch. Und das war für mich dann auch komplett Neuland, weil du bist an ein Set gekommen, da sind 100 Leute, die für ein Shooting arbeiten, damit da das perfekte Bild rauskommt. Sowas kannte ich vorher auch nicht. Aber schminkt man sich anders zum Beispiel? Du wirst natürlich dort geschminkt, genau. Also du wirst da erstmal zwei Stunden fertig gemacht. Dann, es gibt eine Person für alles. Ich werde da angezogen, ich muss mir nicht mal die Schnürsenkel irgendwie selber zubinden. Es gibt ein Model vor mir, dass das Set, dass das alles komplett durchspielt. Das heißt, es wird genau geguckt, wo ist das Licht perfekt, wie muss sie sitzen. Das heißt, das mache nicht ich, sondern das macht ein externes Model vor mir. Dass ich nur noch ans Set komme, dass das einfach nur zeitlich gesehen nochmal besser funktioniert. Hast du denn auch so richtige Model-Aufträge, abseits von Boss, wo du irgendwie für... Dafür ist keine Zeit. Das funktioniert nicht. Also Laufsteg oder sowas, dass du das jetzt schon kennt von, da ist schon egal oder so. Nee, das ist auch ein Model-Dasein, ist ein unfassbar harter Job. Unfassbar. Also jetzt, wo ich das auch mal ein bisschen mitbekommen habe, ich bin schon froh, wenn ich wieder, wie gesagt, in meine Sportwelt zurückkomme. Natürlich, das ist auch hartes Training. Aber dieser Model-Job ist auf eine andere Weise hart. Also das ist ein Business, glaube ich, das ist schon tough. Da musst du schon auch für gemacht sein. Und das tagtäglich zu machen, das wäre nicht meins. Aber das heißt, Modeling in dem Sinne machst du eigentlich gar nicht? Nee, ich würde mich niemals selber als Model bezeichnen. Nee, aber dass irgendwer dich bucht für Shootings einfach nur so... Nein, das funktioniert nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Ich kann nicht einfach sagen, hey, heute fahre ich mal nach Hamburg und bin den ganzen Tag auf dem Shooting-Job. Sowas wie heute zum Beispiel passt gut, weil ich habe heute Morgen schon, ich habe mein Eisbad gemacht, ich habe trainiert. Heute Morgen Eisbad? Ja. Heute ist mein Regenerationstag, deswegen passt es gut rein. Aber so ein Shooting-Tag ist ja unfassbar anstrengend. Ich kann da nicht am nächsten Tag sagen, ich habe gestern zehn Stunden auf dem Set gestanden und heute trainiere ich wieder super hart. Das funktioniert nicht. Trainierst du dann eigentlich immer alleine? Immer in der Gruppe. Immer in der Gruppe, okay. Und wo trainierst du gerade? In Berlin. Okay, du lebst jetzt aktuell in Berlin? Ja, genau. Ich lebe in der Nähe von Berlin und fahre aber eigentlich so 20, 30 Minuten. Also super entspannt, dass sie sich gut vereinbaren. Und dann sind wir eine Gruppe, wir sind eine relativ große und auch eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe. Ich würde sogar sagen, fast die stärkste Trainingsgruppe in Deutschland mittlerweile. Bei einem Verein? Bei meinem Verein, genau. Wer heißt der? SCC Berlin. Okay, okay. Genau. Und die haben dich dann sozusagen auch geworben, also als du da in Ingolstadt warst, dann haben die gesagt, Mensch, komm doch zu uns. Das läuft leider gar nicht so, nein. Sondern du sagst, du suchst dir selber so ein bisschen aus, wo will ich leben, wo habe ich eine gute Gruppe, wo ist ein guter Trainer. Und für mich war die Option eigentlich nur Berlin, weil da einfach ein sehr guter Trainer ist, bei dem ich jetzt trainiere, der eben auch sehr viele, sehr gute 400-Meter-Läufer hat. Und genau, es ist nicht so, dass ich jetzt wie beim Fußball, dass mein Verein mich jetzt monatlich bezahlt dafür, dass ich in dem Verein bin. Ich kriege eine kleine Summe. Auch da, davon könnte ich wahrscheinlich nicht mal mein Essen im Monat irgendwie decken. Aber es ist trotzdem natürlich nett, dass sie mich da unterstützen. Aber wie gesagt, das ist in Deutschland von, also wir werden nicht wirklich, wir sind nicht angestellt vom Verein, sondern wir sind alle selbstständige Sportler und für uns selber zuständig. Ist es eigentlich für dich mittlerweile so, wenn du hier in Hamburg oder jetzt in Berlin durch die S-Bahn gehst oder sowas, oder in die Innenstadt, dass schon auch da, geht das überhaupt? Oder bist du dann mittlerweile sofort swarmed bei ganz vielen Leuten? Nee, gar nicht. Also, ich werde auf jeden Fall erkannt. Und man merkt das auch, wenn man irgendwie vielleicht mal heimlich gefilmt wird oder getuschelt wird oder halt, wie gesagt, jemand auf mich zukommt. Aber das ist nicht so, dass ich jetzt gar nicht... Wenn man mal heimlich gefilmt wird, das klingt ja schon so ein bisschen so, als wenn es normal sei. Ja, es passiert auf jeden Fall schon. Also, ich finde es immer schöner, wenn die Leute einfach auf einen zukommen, weil ich freue mich auch riesig, wenn man irgendwie jemanden aus der Community trifft und mal sieht, wer steckt eigentlich dahinter. Zum Teil, zum Beispiel jetzt auch bei der Weltmeisterschaft, habe ich eine Followerin getroffen, und mit der habe ich schon jahrelang Kontakt. Also, sie schreibt mir regelmäßig und von dem her war es richtig cool, dann einfach mal die Person dahinter zu sehen. Und meinst du, wenn du dann 28 Olympia vorbei hast und dann Sport ausklingen lässt, dann ist auch deine Social-Media-Welt für dich erstmal vorbei oder machst du ja was anderes? Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Also, mal gucken, was dann kommt. Ich werde auf jeden Fall immer dem Sport treu bleiben. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie gar nichts mehr mache und das geht auch nicht. Du musst natürlich sowieso abtrainieren, nachdem du Leistungssport gemacht hast. Aber ich habe auch super viele andere Interessensfelder und zum Beispiel Thema Beauty, Mode, gesunde Ernährung finde ich auch sehr, sehr cool. Also, ich glaube, solange es mir Spaß macht und solange die Leute das auch gerne sehen. Also, das Influencer-Leben wird schon irgendwie weitergehen. Das wird man sehen. Wie gesagt, das ist so, ich will immer nicht sagen, was in zehn Jahren ist oder so. You never know. Das ist ja auch alles so schnelllebig. Aber warum hast du eigentlich keine Food-Partner oder sowas? Das müsste da auch eigentlich irgendwie total naheliegend sein. Also, so, weiß ich nicht, irgendwelche Getränkefirmen oder so, das stelle ich mir total naheliegend vor. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt ja was. Aber eigene, ach so stimmt, eigene Drinks? Auch da, das muss natürlich auch bis aufs letzte Detail getestet werden. Das ist ein so langer Prozess. Also, kein Dirty. Also, da reicht bei mir momentan die Zeit nicht. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das nächste Jahr, das olympische Jahr. Ich habe auch gesagt, ich will in diesem Jahr so wenig wie möglich nebenbei machen. Und ich will mich wirklich in jedem Bereich professionalisieren. Ich lebe für diese eine Einheit am Tag. Ich will da 100 Prozent geben und das jeden Tag. Und nur so kann ich am Ende des Jahres auch sagen, ich habe alles geleistet und kann mir nichts vorwerfen und bin dann hoffentlich meine beste Version und kann mir meinen Traum erfüllen von den olympischen Spielen. Aber der Traum ist dann bei Olympia einfach wirklich dabei sein. Nee, ich war ja in Tokio dabei. Die Story in Tokio, ich weiß nicht, die kennst du wahrscheinlich nicht. Ich war verletzt. Und das war für mich, also ich war im Trainingslager, die letzte Einheit, der letzte Lauf. Ich habe noch zu meinen Teamkolleginnen gesagt, ey, wie cool. Wir hatten kein Physio dabei, weil wir uns den damals nicht leisten konnten. Und waren dann, haben gesagt, hey, geil, wir haben uns nicht verletzt. Alles ist gut gegangen. Letzter Lauf. Was ist? Ich reiß mir mein Band, mein Außenband. Liege am Boden und wusste direkt, okay, Tokio ist vorbei. Es ist over. Es waren, glaube ich, noch drei Monate bis dahin. So schnell wirst du nicht fit. Und für mich ist dann natürlich erst mal eine Welt zusammengebrochen. Du hast doch als Reserveläuferin dabei, glaube ich, oder? Genau. Und dann, ja, hatte ich zum Glück ein sehr gutes Team um mich herum. Einen sehr guten Osteopathen habe ich damals gefunden. Walli heißt der, mit dem ich auch heute noch sehr eng zusammenarbeite, der mich einfach schnellstmöglich wieder fit bekommen hat. Und da bin ich unfassbar dankbar. Aber es war natürlich trotzdem ein hartes Schlag. Also ich habe, glaube ich, insgesamt acht Wochen Training verpasst oder halt alternativ trainieren müssen. Das ist natürlich alles andere als optimal. Und das willst du um Gottes Willen nicht vor Olympischen Spielen. Und ich bin aber super dankbar, dass ich es noch geschafft habe, mitzufahren. Es war super emotional, muss ich sagen. Ich habe den, ich weiß noch ganz genau, der letzte Wettkampf war in Berlin, die letzte Chance, mich zu qualifizieren, zu zeigen, was ich drauf habe. Und dann hat es gewittert. Es war Regen. Es hat geschüttet. Es war kalt. Der Wettkampf wurde verschoben. Und ich bin auch nicht gut gelaufen. Also es war kein guter Wettkampf danach. Und ich war danach natürlich am Boden zerstört und wusste, okay, es hat wahrscheinlich jetzt nicht gereicht. Habe gesagt meinen Eltern, hey, ich bin morgen bei euch, komme zu euch, Olympische Spiele sind vorbei. Ich habe es nicht geschafft. Und am nächsten Tag kriege ich einen Anruf vom Bundestrainer. Und er meinte, er würde mich gerne mitnehmen als Ersatzläufer und mir die Chance geben, die Einblicke zu bekommen. Und er hat es einfach als Erfahrung zu sehen. Und er hat an mich geglaubt. Und ich werde schon wieder emotional, wenn ich es erzähle. Ja, es ist einfach das Größte, was man als Sportler erreichen kann. Und ich weiß noch, ich war... Hast du ein Olympia-Tattoo? Nee. Die meisten haben wieder ein Olympia-Tattoo. Das werde ich mir auch machen, wenn ich laufe. Ich war Ersatz. Ich stand nicht auf der Bahn. Von dem her war ich damit... Das werde ich nur machen, wenn ich laufe. Wenn ich wirklich gesagt habe, ich bin... Ich stand auf der Bahn. Wann wirst du das wissen? Das werde ich erst kurz vorher wissen. Also irgendwann im Juli dann? Also genau, kurz vorher wird entschieden, wer sind die... Also außer, ich laufe direkt am Anfang die Norm. Das wird aber sehr schwierig, weil sich die Form natürlich verbessert. Und bis du an deinem Peak bist, dauert es ein bisschen. Von dem her wird es wahrscheinlich wirklich erst so im Juli... Juni, Juli entschieden. Du kannst natürlich trotzdem vorher schon so ein bisschen abschätzen, wie bin ich drauf. Genau, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Es gibt nächstes Jahr noch die Europameisterschaft. Und es gibt noch eine Staffel Weltmeisterschaft auf den Bahamas. Das heißt, es ist vollgepackt. Auf den Bahamas? Ja, das hört sich erst mal geil an. Wir werden es aber nicht... Ja, wir werden, glaube ich, nicht viel vom Land sehen. Okay. Also es läuft eigentlich immer so ab, dass du im Hotel bist und dann fährst du auf den Track und trainierst dort und dann bereitest du dich auf den Wettkampf vor und sonst siehst du aber eigentlich wirklich nichts. Ist es nicht eigentlich auch bei dir so ein Thema, in so ein amerikanisches College zu gehen? Also ich meine, es gibt ja ganz viele so deutsche Sportler, die dann auch richtig geile Stipendien bekommen, irgendwie, weiß ich nicht, Stanford oder Berkeley oder sonst irgendwas oder irgendwelche großen Amerikaner, Texas A&M, wie alle heißen. Ich habe nach der Schulzeit überlegt, ob ich das mache und habe dann aber relativ schnell den Gedanken wieder verworfen, weil ich weiß auch schon zu schätzen, was ich in Deutschland habe. Ich liebe es, hier zu leben. Ich habe hier ein sehr gutes Umfeld. Und auch da ist es so, die trainieren nochmal ganz anders. Und es ist so ein bisschen, kann man schon fast sagen, Massenabfertigung. Es sind super viele Athleten, super viele talentierte Athleten, aber nur die Besten kommen durch. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann hast du ein Problem. Deswegen, es waren damals auch ganz viele einfach verletzt und sind da nicht gut daraus vorgekommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, jetzt der beste deutsche Zehnkämpfer, es trainiert zum Beispiel in den USA, der ist super, also wird dort auch super gefördert, hat da das perfekte Umfeld. Also das heißt, wenn wir jetzt die Daumen drücken wollen, alle, die das jetzt gehört haben und sich verfolgen wollen, auf deinen Kanälen geht das natürlich. Und die entscheidenden Momente sind dann Europameisterschaft. Genau, als erstes kommt die Staffelweltmeisterschaft im Mai. Das ist so das erste große Ziel. Welcher Mai ist das? Wie bitte? Wann im Mai ist das? Also vor oder nach unserem Festival. Anfang Mai auf jeden Fall. Ich glaube, 1. 2., 3., 4. Mai, sowas. Und wie gesagt, da müssen wir topfit sein, da müssen wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren. Das heißt, das wird so der erste große Meilenstein. Dann die Europameisterschaften in Rom und dann die Olympischen Spiele in Paris. Und im besten Fall bin ich überall dabei und kann auch gut performen. Und was für eine Zeit hast du dir vorgenommen? Also wenn man dich denn da sieht, welche Zeit muss ich denn im Blick haben? Ich muss natürlich jetzt erstmal die 52-Sekunden-Marke unterbieten. Das ist wild auch meiner Meinung nach längst Zeit. Ich habe das schon drauf, auch schon, glaube ich, ein, zwei Jahre drauf. Aber es muss einfach alles zusammenkommen. Und dann möchte ich auf jeden Fall, ja, schon auf jeden Fall eine niedrige 51er-Zeit laufen. Und das traue ich mir auch zu. Ich habe dieses Jahr nochmal alles professionalisiert, nochmal geguckt, in welchem, wo ich mich verbessern kann und mal gucken, was am Ende dabei rumkommt. Könnte eigentlich so ein Typ wie ich irgendwie auch noch so 56, 47 Sekunden schaffen, so auf 400 Metern? Ja, würde ich schon sagen. Also mit auf jeden Fall einiges an Arbeit. Hast du vorher mal irgendwie, sag ich mal, irgendwie Sprint-Training mal gemacht? Nee, ich wohne in der Nähe von so einem Sportplatz. Bob, willst du nicht einfach mal eine Runde 400 Meter laufen und mir danach schreiben, wie schnell du warst? Das würde mich mega interessieren. Also, ich habe es sogar mal vor Jahren mal gepostet. Also das war, ich bin jetzt ja bei Instagram auch vielleicht zu dir in ein Nichts, aber das war, als ich das angefangen habe. Und da ist so eine Aschenbahn wohlgemerkt. Also nicht so eine... Okay, das macht schon einen Unterschied. Genau. Und dann bin ich da einfach rumgerannt und habe dann meine Hand so gestoppt, so um zu gucken. Und dann hat mich hier mein Kumpel, der Moritz Fürste, der Hockeyspieler, hat mich wieder noch verarscht und meinte so irgendwie, das läuft eher mit Kindern auf dem Arm. Weißt du, welche Zeit du gelaufen bist? Ich kann jetzt mal kurz nachgucken. Warte mal kurz. Also, ich post vom 13. August 2019. Das ist jetzt also vier Jahre her ungefähr. Und das ist so eine Runde. Hier siehst du das Foto. Das ist eine sehr alte Sportanlage und es ist auch die Frage, ob es jetzt 400 Meter oder eher 350 Meter sind. Das ist nicht so ganz klar. Ah, okay, krass. Aber da habe ich geschrieben, ich habe hier vor kurzem einen sehr fitten 72-Jährigen getroffen und er meinte, dass man in meinem Alter die 300 Meter Runde in unter einer Minute schaffen sollte. 300 Meter Runde? Aber richtig gut wäre in unter 50 Sekunden. Und dann habe ich es probiert und es waren 57 Sekunden. Also, wenn das 400 Meter wären, dann wäre das richtig, richtig, richtig gut. Ohne Training, ohne irgendwas vorher. 57 Sekunden. Ja, aber ich glaube, dann sind das eher 300. So, dann kommentiert hier Moritz Fürste. 18 Stunden Kimmelter im Schnitt. Hattest du die Kids auf dem Arm? Genau. Nein, also ich muss sagen, 57 Sekunden, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist ungefähr Mats auch gerannt. Aber über 400? Über 400. Das heißt, er hätte mich in 100 Meter abgerannt. Also, haben wir jetzt ausreichend gesprochen über Leichtathletik, wie man es populärer bekommt? Weiß ich gar nicht. Hast du Ideen, wie man Leichtathletik haben jetzt über, du findest das ja ganz gut, du hast gesagt, den Portfolioansatz. Was ist das wichtigste deutsche Event in Leichtathletik in Deutschland? ISTAF? Deutsche Meisterschaften und ISTAF, ja. ISTAF ist zum Beispiel sehr gut besucht. Ich glaube, da waren, genau, in Berlin, da sind eigentlich mehr als bei deutschen Meisterschaften mehr Zuschauer, aber auch da trotzdem, das halbe Stadion ist trotzdem leer. Wie kann das sein? Es wird, glaube ich, auch zu wenig kommuniziert. Also, zu wenig Leute kriegen mit, dass es ein Event gibt. Dann sind zum Teil vielleicht auch die Tickets relativ teuer. Sind denn auch andere Sportler mittlerweile folgen deinem Beispiel? Ich meine, das müssten doch jetzt alle versuchen, so ein bisschen noch nicht alle, aber viele sagen, okay, was ISTA da macht, das mache ich jetzt auch und werde jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr Influencer. Machen schon viele, ja. Aber es klappt nicht so gut? Doch, doch, doch. Es klappt bei vielen auch sehr gut. Also, da haben sich viele auf Social Media auch was aufgebaut und das ist einfach super hilfreich für uns. Viele sagen dann immer, ach, wieso macht ihr das denn? Konzentriert euch doch bitte auf den Sport. Aber man muss auch sagen, erstens, wir haben auch ein Leben außenrum. Wir dürfen uns ja auch mit anderen Themen beschäftigen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich sonst irgendwie gar nicht mich weiterentwickeln darf. Plus, es hilft uns einfach unheimlich. Es ist einfach gerade für uns in der Leichtathletik ein super Punkt, um uns irgendwie abzusichern und uns auch den Sport so... Ja, um die Events voll zu machen. Ja, und auch genau, uns den Sport überhaupt zu ermöglichen. Ich muss ja auch gucken, wo kann ich irgendwo von leben? Also so funktioniert es ja sonst auch nicht. Und genau deswegen, um auch solche Sachen populärer zu machen. Social Media ist da ein ganz großes Thema, um sowas zu bestärken. Aber auch, man muss auch sagen, wenn es nicht übertragen wird und man es nirgends sieht, ist natürlich auch schwierig. Also ich glaube, es wäre auch hilfreich, wenn man einfach generell mehr Leichtathletik auch im Fernsehen sehen würde. Wenn du jetzt fertig bist, acht Minuten eines Tages, dann wirst du aber schon auch als Millionärin abtreten, oder? Ja, ich hoffe doch. Ja gut, das werden ja viele andere Leichtathletik nicht sagen können. Ja, weiß ich. Ich habe mich nicht so genau damit beschäftigt. Oder ich rede da eigentlich mit meinen Konkurrenten oder Teamkollegen nicht drüber. Aber nur vom Sport selber nicht. Nee, das ist schon... Da musst du Weltmeister werden. Und selbst da, man muss sagen, ich glaube, für einen Olympiatitel, also für einen Olympiasieg kriegst du 30.000. Aber das heißt, für dich... Aber es ist ja Wahnsinn, dass du trotzdem diesen Sport machen kannst und das ganze Athletin machst und trotzdem halt wirtschaftlich in einer ganz anderen Liga spielen kannst. Ja, das ist ein absoluter Traum. Also das sind so zwei Sachen, die sich vereinbaren lassen, die mir wahnsinnig viel Spaß machen. Erstens, ich liebe meinen Alltag als Athletin. Also es gibt für mich nichts Schöneres, jeden Tag ins Training zu gehen. Das ist für mich das Highlight des Tages. Und dann auch sich zu ergeben und so. Na gut, okay, okay, okay. Also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit der Olympia. Ja, vor allen Dingen, wenn man da hin möchte, dich da sehen möchte, ist es wahnsinnig schwer, Tickets zu bekommen. Ach, es ist so schwer. Und ich weiß, also, ich will unbedingt natürlich auch, dass meine Familie und Freunde da sind. Und ich habe gesehen, die Tickets sind unfassbar teuer. Also ich glaube, die sind zum Teil irgendwie 700 Euro, habe ich gesehen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, dass ich mich erst mal qualifiziere. Und wenn ich mich qualifiziere, dass ich auch meine Liebsten, dass die Chance habe. Und wenn nicht, dann bist du trotzdem dann als Moderatorin oder als Expertin oder sowas vielleicht dann da vor Ort? Weiß man nicht. Weiß ich noch nicht. Oh, das ist, glaube ich, auch super schwierig, wenn du, das ist natürlich schon ein tiefer Rückschlag, auch wenn man es nicht schafft. Und ich weiß nicht, ob ich dann vor Ort sein möchte. Das werde ich dann entscheiden. Aber darüber denke ich gar nicht nach. Also für mich gibt es nur einen Weg und ich weiß, das wird klappen. Alles klar. Gut. Richtige Einstellung. Vielen Dank, dass du an deinem freien Tag sozusagen hier hochgekommen bist zwischen Eisbad und übergeben. Und jetzt noch an die Klimtzerstange. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Jo, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.